MMMMMMMM Meine Leute, Zeppelin hier. Heute gehts mal um was mich persönlich einfach nur freut und zwar Erstmal, ja, das ist ein Dappel-Upload. Ja, ich bin cool. Ja, ich mach das nur, weil ich aktuell noch meine alten Videos rausballer, die ich vorproduziert habe. Und jetzt mach ich mehr Shit. Yay. Also heute gehts mal darum, dass einfach wahrscheinlich bald Cannabis legal werden könnte. Wir könnten bald in einer Welt leben, in der in Deutschland einfach Cannabis legalisiert wurde. Es sieht gerade so aus, als würde in der Welt einfach, ja, Cannabis legal sein. Mehrere Politiker haben sich dazu ausgesprochen, dass sie Cannabis legalisieren möchten. Ne, das ist schon mal das eine Ding. Die Parteien, die Cannabis legalisiert haben möchten, sind im Bundestag gerade in der Mehrzahl. Also die haben, die, die Überstimmen, also die haben eine Überzahl gegenüber den anderen, die es nicht wollen. Was schon mal ganz schön kranke, krass geil ist. So, und es ist einfach so geil. Es könnte wirklich bald einfach so Cannabis egal sein. Es ist, dass nach ein paar Jahren der es verteufelt und Cannabis einfach jetzt das scheiß solch legal wird, so. Das ist halt krank geil. Ich verstehe nicht, wie man so fucking geil sein kann. Es ist halt, ich freue mich einfach für die Leute, die es feiern und so. Und es wäre dann halt nochmal ein großer Schritt für die Drogenpolitik. Also, ich drück meine Daumen. Ne? Sagt eure Eltern, sie sollen die wählen, die das unterstützen oder so eine Scheiße. Keine Ahnung, schlagt eure Eltern. Ne? Das war alles, was ich sagen wollte. Das ist einfach relativ kurz. Ich werde jetzt nur ein bisschen extra Content liefern, weil ich gerade eh nur alte Videos rausbellauche, die ich noch übrig habe. Und naja. Seid froh, dass ich wirklich mich mal versuche anzustrengen. Und jetzt bleibt toxisch, entbehmt die Glocke, deabonniert mich, äh, ja, dislikt meine fucking Videos und jetzt... Oh, da war du rasend, du hundsehnig! Ohhhhhhh!